einen wunderschönen guten abend an diesem sonntag da ich sonntags ja immer keine nachrichten mache gucke ich mir immer andere sachen an die also irgendwie mir in der woche über den weg gelaufen sind oder die generell halt irgendwie zu der zeit passen diese woche lief mir relativ am anfang der herr pasteur über den weg und als ich einen kleinen blick in seine thesen wagte fragte ich mich doll die man auf basis dessen was er behauptet hat eine impfung entwickeln kann und die auch noch für wirksam halten kann das nehme ich jetzt mal zum anlass und mit den herrn ein bisschen genauer angucken den ich anzugucken denn ich habe ja die behauptung aufgestellt dass der möglicherweise einen sehr fragwürdigen hintergrund hat und wenn ich so eine behauptung aufstelle mache ich das natürlich mache ich das natürlich nicht ganz unbegründet aber in diesem fall mag ich es euch gerne auch explizit begründen denn das umfeld von ihm sieht genauso aus wie er selbst und ich mag einfach dass menschen also verstehen was dazu geführt dass es heute so ist wie es ist und das sieht man in dem fall sogar relativ explizit denn so richtig was dafür können tun die eigentlich nicht die wurden dann quasi nachher nur benutzt der ist also geboren worden der louis pasteur am 27 dezember 1822 in dole im departement jura gestorben ist 1895 in paris man könnte jetzt mit den jahreszahlen und den tagen und so lustig rumspielen in der gematria da kriegt man auch ergebnisse aber das lassen wir doch mal weg für diesen ganzen quatsch hier denn es geht grundsätzlich darum dass leute das erkennen können ohne zusätzliches wissen zu haben was ich jetzt hier euch gerade vortragen wenn es die meinung zu ihm ist also er war ein französischer chemiker physiker biochemiker und mitbegründer der medizinischen mikrobiologie leistete entscheidende beiträge zur vorbeugung gegen infektionskrankheiten durch die impfung soweit so möglicherweise auch gut wenn man sich den jetzt ein bisschen genauer anguckt stellt man also fest der ist als eins von fünf Kindern aufgewachsen nämlich als das dritte und war porträt und landschaftsmaler in seiner jugend ging zur schule am anfang einer hochschule in arbois und dann wechselte er zum collège royal in besancon und das collège royal ist also ein jesuiten collège damals schon gewesen und ist auch immer noch so also nicht mehr offiziell aber die medaillen die sie vergeben sehen immer noch genauso aus danach ging er auf die pariser ecole normale supérieure und das ist jetzt also schon etwas besonderes denn die pariser ecole normale supérieure gehört zu den beiden grand écoles von frankreich also den beiden großen elite schulen eine grande école ist in der englischen wikipedia folgendermaßen beschrieben it's a french institution of higher education that is separate from but parallel and often connected to the main framework of the french public university system also eine unabhängige also unabhängig vom öffentlichen universitätssystem agierende universität die aber trotzdem oft mit dem universitätssystem zusammen agiert und auch parallel dazu existiert und auch institution of higher education also auch ein institut höherer bildung steht da also eindeutig was natürlich bei der universität ist nicht besonders schwierig ist aber ich letztlich ist das zwischen den zeilen eine elite universität diese super schule hat also partner universität in der welt heute dazu gehört also peking die fu in berlin cambridge oxford edinburg dublin das trinity college also das dreifaltigkeits college die eth zürich genf mcgill montreal berkeley berkeley columbia cornell harvard princeton stanford tulane und jale wenn man sich das jetzt mit genauer anguckt und vielleicht dieses annenberg ding was ich davon ein paar tagen mal erzählt hatte hören konnte weil es vielleicht doch nicht zu leise war dann weiß man dass es also in amerika die ivy league gibt und die die ivy league ist sozusagen der zusammenschluss der renommiertesten elite universitäten amerikas einer gesinnung in der ivy league sind glaube ich acht universitäten drin davon sind jetzt hier fünf vertreten nämlich columbia cornell harvard princeton und jale in der ivy league sind auch ist auch die pennsylvania university drin bei der der herr tram zu besuch war und also studiert hat und auch der herr dienstchef und viele andere lustige menschen das ist also jetzt hier alles eine große gruppe ebenfalls gibt es solche gruppen also wie die ivy league in großbritannien da nennt sich das dann russell group die russell group hat also universitäten drin wie cambridge oxford und edlinburg die hier also für alle vorkommen und noch ein paar weitere und in china gibt es das auch dann nennt sich das c9 league das und also zum beispiel die universität peking drin die jetzt hier auftaucht und noch verschiedene andere aber ist ja nur eine chinesische da und die haben hat also auch die mitgliedschaft zur c9 league das könnte man jetzt weiter spielen das gibt es auch in deutschland das gibt es auch in der schweiz die eth zürich ist auch teil davon ebenfalls die in genf und so weiter also alles was hier drin ist ist teil von diesem mob und das sind also die partner unis von dieser ecol gegründet wurde die ecol im jahr drei also im jahr drei nach der französischen revolution muss man dazu sagen das jahr 3 wäre jetzt irreführend das ist das jahr römisch 3 und zwar hat der post revolutionäre nationalkonvent unter der führung von herrn robespierre im jahr 1794 kurz bevor man den robespierre guillotiniert hat diese schule ins leben gerufen kurz zum kalender also wie ich das schon mal erwähnt habe gibt es also in verschiedenen zeiten dieser erde immer verschiedene kalender dass irgendwelche leute also nichts einverstanden waren mit der alten zeitrechnung oder der meinung waren dass sie jetzt also eine neue zeitrechnung beginnen nun wissen wir also dass diese kollege royal in bisankong wurde er wo der herr pastor feuer war ein jesuiten kollege war und ich sage euch dass die grand d'école normal superior auch ein jesuiten kollege ist auch heute noch und damit kann man also sagen dass diese behauptung begründe ich euch auch gleich weil ich möchte mich ja hier nicht in den mainstream verwandeln dass also der jesuiten zirkel der hier diese revolution damals startete eine neue zeitrechnung begann und sie nach der revolution mit dem jahr 1 begründete gucken wir uns den herrn robespierre mal an und dabei stellen wir also fest dass der erste führer dieser super schule also ein jesuit war aber das lege ich euch jetzt gleich stück für stück da also die mutter von herrn robespierre verstarb und weil der vater schon vorher tot war ich glaube er ist an tuberkulose verstorben wurde robespierre als weise vom opa aufgezogen der steckte ihn an ganztagsinternate und zwar erst an das kollege d'ara das ist eine ehemalige jesuiteninstitution und machte laut der biografie seiner schwester da einen sinneswandel durch so dass er sich also als oberhaupt der familie empfand und sich dann auf einmal humorlos und merkwürdig verhielt er bekam nach diesem sinneswandel von dem bischof von arra ein stipendium verliehen und mit diesem stipendium ging er an das kollege louis le grand die ursprünge dieses kollege louis le grand reichen bis ins 16 jahrhundert zurück um 1550 wurde das als jesuiten kollege im pariser hotel gegründet so haben wir also schon erst die erste verbindung in die jesuitenrichtung und zwar ist das passiert vom bischof von clermont und zwar nennt er sich der guillaume du pratt den kann man sich gerne auch angucken aber das ist bei den ganzen jesuitenbischöfen eigentlich identisch also das ist nicht so wichtig interessant ist dass die alumnie dieser schule also quasi die jungen absolventen magno ludovicien heißen und dieses wort könnt ihr gerne versuchen zu googeln ihr findet dafür keine adäquate bezeichnung oder definition es gibt nur einen hand darauf und der liegt in der schule also das ist offensichtlich eine ziemlich untergetauchte gruppe von schulabsolventen also die vierter kappa oder irgendwelche anderen absolventen gruppierungen findet man deutlich und die haben auch ordentlich große wikipedia einträge das hier ist tatsächlich selten aber die werden heute noch ausgezeichnet dieses collège louis legrand wurde mehrfach den isoiten weggenommen durch die monarchie wurde ihnen aber wenige jahre später immer wieder zurückgegeben da sieht man also eindeutig dass es da irgendwie einen konflikt gab dem aber die katholische kirche nicht beikam bzw offensichtlich gab es knebel argumente die dazu führten dass man das nicht so umsetzen konnte das würde ein eigenes video füllen oder einen eigenen podcast das gehört jetzt hier nicht hin das offizielle patronat wurde der schule verliehen von dem sonnenkönig also louis katholz der ist ja auch nicht ohne grund so und in dieser in diesem collège wurde erstmalig eine einteilung in niveaustufen vorgenommen das waren damals glaube ich sechs und hat also quasi die leute nach ihrer fähigkeit wissen zu verarbeiten einklassiert und das wurde dann in eine um die jahrhundertwende zum 18 jahrhundert etabliert also sicherlich nicht zur zeit von robespierre sicherlich zurzeit von robespierre aber nicht zurzeit der gründung also erst sehr sehr spät der herr robespierre ist also nachdem man da zur schule gegangen ist mitbegründer des jacobiner clubs geworden das ist sozusagen eine gesellschaft loge und war auch der führende politiker dieser loge denn diese loge hatte den hintergrund dass sie gerne die politik verändern wollte das war ja noch monarchie beziehungsweise so halb und er wollte also gerne revolutionär sein der jacobiner club hat also grundsätzlich den hintergrund dass die anhänger eines zentralstaates sind so wie das ja auch alle anderen waren die damals mit revolutioniert haben aber später warf man ihnen vor dass sie dem föderalismus angehören und föderalismus war also ganz böse verstehen wir heute vielleicht nicht mehr weil wir finden ja föderale systeme total super und dazu erkläre ich das vielleicht ganz kurz in einem abriss jeder kann sich das genauer angucken wenn er mag föderalismus kommt vom lateinischen foetus und das ist das wort für vertrag also es ist ein vertragsismus und das organisationsprinzip im föderalismus ist also die gliedstaaten haben begrenzte eigenständigkeit und staatlichkeit zu einer übergreifenden gesamtheit zusammengefasst die sich gesamtstaat nennt das ist also quasi das konzept einer bundesrepublik und das war im föderalismus eben ein weit gefasst und das ist natürlich das was nach im form des deutschen bundes und in form des kaiserreiches umgesetzt wurde das hat er genau die gleichen züge es ist also letztlich eine jacobinische entwicklung die da stattgefunden hat und wenn man das jetzt zu ende denkt ist das der vorläufer der nwo denn die nwo möchte ja nichts anderes haben als eine weltregierung und darunter staaten oder teilverwaltungseinheiten die begrenzt eigenständig und staatlich sind nämlich eigentlich ganz ohne staatsangehörigkeit denn sie sollen ja nur zur nwo gehören aber sie sollen vor allen dingen auch auf die da oben hören aber sich sonst selbst verwalten damit man damit keine arbeit hat deswegen mochten sie die föderale nicht und da muss man sich halt die frage stellen warum wir heute so viel föderales haben heute sagt wikipedia zu den jakobinern also es gibt heute immer noch jakobiner zitat in der französischen politischen kultur des zwanzigsten jahrhunderts bezeichnet der begriff des jakobinismus innerhalb der linken parteien wie auch bei den gaulisten also von charles de gaulle eine nationalistische und etatistische position sowie moralisierende tendenzen bürger durch gesetze und verbote zu einem ethischen verhalten im sinne des jeweiligen aktuellen mainstreams zu erziehen kommt euch das irgendwie bekannt vor außerhalb frankreichs gab es auch jakobiner nachdem die revolution in frankreich losbrach ist es also eigentlich in allen angrenzenden staaten mit entstanden einen tag später nach der französischen revolution einen tag später gab es in deutschland die mainzer republik die waren also schon lange organisiert und ich behaupte und das kann man sicherlich dann auch wieder belegen ohne schwierigkeiten dass sie in form dieser jesuiden infrastruktur miteinander kommuniziert hatten die mainzer republik in deutschland betrieb die gründung des ersten auf demokratischen grundsätzen beruhenden staatswesens auf deutschem boden schöne formulierung denn es ist auf deutschem boden aber es betreibt nur deutschen grund durch diese institution wurde er diese institution wurde durch preußen und österreicher nach einem jahr allerdings militärisch zerschlagen und man hat die jakobiner dann vertrieben gejagt und hingerichtet leider hat man nicht alle erwischt einer von denen ist zum beispiel einer die man vielleicht auch kennt der herr georg forster der sr naturforscher ethnologe reise schriftsteller und revolutionär weil er bei den jakobinern war und die politik neu mischen wollte möglicherweise war er auch homosexuell das weiß man nicht so richtig genau er hat sich auf jeden fall oft in männergesellschaft bewegt von homosexuellen männern hat sich aber offiziell nie dazu bekannt er war mitglied in der royal society in der akademie der wissenschaften bei den leopoldinern in der gold und rosenkreuzer loge beim in der loge zum gekrönten rosen löwen entschuldigung zum gekrönten löwen in kassel in der loge le neuf so in paris und in der loge zur wareneintracht in wien man kann jetzt also wenn man möchte da eine statistik führen und angucken wer ist jetzt jakobiner wer ist in welcher loge und wer ist jesuit und dann wird man wahrscheinlich übereinstimmung finden so dann mal zurück zum herrn jobis pierre war also einer der mitglieder des nationalkomitees bei der französischen revolution deswegen konnte der auch diese schule danach quasi führen die französische religion stürzte die katholische kirche in erster instanz und führte einen neuen kalender ein beginn mit dem jahr 1 hatte ich vorhin kurz erklärt das ist also durch durch diese revolution die religion gekippt worden und ja diese neue religion die er einführte dann also sekunde muss vielleicht ein bisschen auseinandersortieren er war der meinung dass man den kalt of supreme being so nennt sich das im englischen also des übernatürlichen daseins oder wie auch immer als staatsreligion einführen müsste aber auch begründer dieses kultes und der galt als gegenbewegung zum kalt of reason also dem kult der begründung in dieser kult der begründung also der quasi eher wissenschaftlich orientiert war der galt als atheistisch zitat aus wikipedia am sechsten mai 1794 verkündete robespierre vor dem konvent dass das komitee für öffentliche sicherheit im namen des französischen volkes beschlossen habe die existenz gottes und die unsterblichkeit der menschlichen seele anzuerkennen haben sie beschlossen also das ist der robespierre ein waschechter jesuit ein absoluter jakobiner und ein freundlicher gottgläubiger der leider nie so richtig verstanden hat was in der bibel drinsteht diese ecole normal hat also noch andere absolventen da sei mal einer rausgezogen der laurent schwarz mit tz so wie sich der herr georgie schwarz der sich jetzt george soros nennt auch mit gtz schrieb und es ist durchaus zu vermuten dass es hier eine verbindung gibt denn zitat wikipedia laurent schwarz war der sohn des chirurgen anselm schwarz anselm dort alldeutscher name der nach der annexion des elsa durch das deutsche reich nach paris zog und dort der erste offizielle angestellte jüdische chirurg an einem pariser hospital wurde der war also jude der onkel von lauren schwarz robert de bray war gründer von unicef und jack hadamard sein großonkel und der jack hadamard führte 1903 den für die distributionstheorie zentralen begriff des funktional sein das ist ganz interessant denn die distributionstheorie wurde nämlich von dem laurent schwarz dann begründet und nachdem also sein großonkel das funktional definiert hatte hat er jetzt also gesagt zitat die theorie der distributionen ermöglicht es eine art von lösungen für differenzialgleichungen zu definieren die im klassischen sinn nicht hinreichend oft differenzierbar oder gar nicht definiert sind euch das gerne noch mal anhören wenn ihr wollt der begründet mit seiner theorie dass dinge die nicht definierbar sind definiert werden können ja gut absolventen auf jeden fall der uni zugehörigkeit zur pariser science et lettres université also diese universität ist auch noch zugehörig zu der zu der großen wissenschafts und brief universität einfach mal übersetzt einfach ist nicht das ist ganz interessant weil die pariser science et lettres hat ein sehr witziges logo und da ist ein quadrat dargestellt das ist durch also von rechts oben nach links unten von links oben nach rechts und also die diagonalen sind also mit linien verbunden dadurch bildet sich in der mitte natürlich eine pyramide oder ein würfel im ja in dreidimensionaler sicht oder meinetwegen das quadrat selber als würfel interpretiert das wie er wollte also wir haben jetzt hier also mindestens schon mal zweidimensionale pyramide zweidimensionalen würfel ebenfalls in diesem logo vorhanden ist ein pentagramm durchgezeichnet ausgemalt dieses ist umrundet von einem kreis alles befindet sich am rand mit dem quadrat verbunden und ein halbkreis am unteren boden mittig angebracht und ein richtiger kreis rechts angebracht im quadrat wobei der richtige kreis rechts genau an der mitte endet man könnte also interpretieren dass ich es hier um sonne und mond handelt wir sind also hier sehr tief von der symbolik in okkultistischen kreisen unterwegs nun ja der passiert also an der ecole seinen abschluss gemacht und zwar hat er das baccalauréat gemacht 1842 auf seinen eigenen wunsch und zweiten anlauf beim ersten mal war schlecht und hat dann gesagt ich mache es noch mal und dann wurde war es besser und 1846 hatte die lehrungsprüfung für physikalische wissenschaften bestanden auf grundlage von zwei doktor arbeiten in physik und zwei in chemie die beiden in physik hießen untersuchung der erscheinungen des drehvermögens für polarisieren polarisiertes licht von flüssigkeiten und anwendung des rotations vermögens von flüssigkeiten zur lösung verschiedener probleme der chemie also hat auf der basis des einen das andere gemacht in der physik ist so ähnlich untersuchung des sättigungsvermögens der arsenigen säure untersuchung der arsenigen säure salze von kalium natrium und ammonium also erst geguckt ob man als wenige säure setzen ersättigen kann oder wenn ja wie und dann was passiert wenn man sie mit salz in verbindung bringt dabei hat er dann nachher festgestellt dass die kristallinen werden und so weiter und da wieder viel interpretiert und das nachher zur impfung gemacht kann man sich nicht ausdenken bis berufliche wirken er ist kurzzeitig gymnasialprofessor gewesen aber es lag ihm nicht so das hat am lycée dijon gemacht und war danach assistenzprofessor für chemie an der universität straßburg da sei kurz eingeworfen da hat er auch die marie laurent um laurent kennengelernt das war die tochter des rektors dieser universität die hat er dann nach wenigen monaten oder wochen geheiratet also nach vier monaten nachdem man in straßburg war er muss ja auch irgendwie kennengelernt haben wie auch immer also jedenfalls waren die nach vier monaten verheiratet haben fünf kinder gekriegt und drei davon verstarben in sehr jungem alter das lässt auch wieder platz für spekulationen wenn man das denn möchte bis 1853 hat er also sein ansehen aufgebaut und wurde dann mitglied in der pharmazeutischen gesellschaft und der ehrenlegion in frankreich in dem moment wurde er also in die kreise derer reingezogen bei denen er vorher gelernt hat also das jesuiten college ist sozusagen die nennt man das also eine art ausbildungsstätte wo man beobachten kann ob die leute was taugen und wenn sie dann was taugen dann gibt man ihnen die möglichkeit wenn sie sich etablieren dann werden sie quasi in diese gesellschaften rein empfohlen daraufhin wurde er dekan witzig ist dass dekan ein rektorat ist und das heißt im französischen chancellerie also chancellerie ist quasi kanzlerschaft und insofern ist also unsere frau kanzlerin die dekanin der universität deutschland er war dekan in lee an der neu gegründeten fakultät der wissenschaften da hat er stark anwendungsbezogene forschung gemacht die sich an den interessen der lokalen industrie orientierte das ist ja erstmal nicht verwerflich er muss das ja auch irgendwie finanzieren das führte aber natürlich dann langfristig zu verwerfen und zerwürfnissen aber er hat die verbindung zur industrie nicht verloren er setzte sich für innovationen ein die durch ein kaiserliches dekret im selben jahr eingeführt worden waren und zwar wollte er dass die studenten der wissenschaften im labor ausgebildet werden das war bis dahin nicht praxis das hat er gemacht er war allerdings auch an dieser universität für die disziplin der studenten zuständig und das lag ihn nicht so da er seit seiner ausbildung als autoritär und humorlos galt ist da relativ schnell studentenaufstand entstanden und das hat also dann seine existenz nach zehn oder zwölf jahren beendet und war dann nicht mehr tragbar für die universität wobei man generell sagen muss es muss nicht daran gelegen haben dass der unwitzig war ich fand das nur einen ganz interessanten zusammenhang es ist generell so dass zu der zeit in allen universitäten auch in deutschland und auch woanders überall aufstände stattgefunden haben das ist einfach die zeit des aufgeklärten absolutismus also des beginnenden aufgeklärten absolutismus und so weiter und da gab es ganz viele verschiedene ansichten und da hat sich ja auch dass der protestantismus mit den katholiken und den jesuiten gekloppt und naja deswegen ist es halt so wie es ist jedenfalls begann er an dieser universität in zwei dachräumen seinen seine persönlichen studien zur gärung ohne dass ein forschungsauftrag dazu hatte dazu habe ich noch ein schönes zitat 1867 wurde er dann chemie professor an der sorbonne in paris und erlangte direkten zugang zu kaiser napoleon dem dritten das hat ihn dann erlaubt eine seine tätigkeit zunehmend auf die forschung zu verlagern und eben weniger an irgendeiner professur da zu arbeiten begann schon 1865 mit den forschungsarbeiten zu den krankheiten der seidenraupen in südfrankreich da er sich dann immer im sommer ausquartiert hat sich dann irgend so einem sumpfcamp einquartiert und hat dann die seidenraupen bespaßt dabei sind dann nachher ich weiß gar nicht tuberkulose oder sowas rausgekommen also das ist ja der milzbrand ich glaube milzbrand war es naja jedenfalls ist er ist er dann gewechselt 1876 achso sekunde ich muss erstmal vorher den napoleon noch reinschmeißen der hat ihn nämlich sein den bau seines labors bewilligt und das war natürlich günstig dass er sich vorher mit dem gut gestellt hatte hat er von ihm also offensichtlich staatsunterstützung bekommen das hatte auch interessante dimensionen der bau des labors hat sich aber verzögert durch den französischen krieg also durch den deutsch französischen krieg und er hat sich also stattdessen nach ins jura zurückgezogen in seine in seine heimat und hat da das bierbrauen erlernt und studiert und hat da eben ergerungsprozesse beobachtet das hatte er ja sowieso vorher schon als studien und das gab sich ja ganz gut als er wieder zurückkam nach paris bat er darum sich von all seinen lehrverpflichtungen entlasten zu dürfen war ganz interessant weil die französische revolution ja dadurch quasi eine weitere phase eintrat und die monarchie so nicht mehr existierte wie vorher interessant aber dass er seine leibrente von 12.000 frau weiter umsetzen konnte die ihm noch vom kaiser napoleon versprochen worden war und die dritte republik hat ihn die also auch bewilligt haben wie sogar später noch erhöht auf ich glaube 25.000 frauen nachdem er die erste impfung fertig hatte sehr sehr krass das ließ sich auch vererben auf seine kinder und seine frau also als er starb hatte die frau diese 25 und als die kinder als die frau tot war hatten es die kinder in den nächsten fünf jahren brachte er dann also seine ganzen forschungen zum abschluss und zwar über gärung über bier über krankheiten der seidentraupen und über die spontane entstehung des lebens diese forschung kann man sich sehr gerne angucken die ist ausgesprochen witzig hatte das kurz angerissen in den nachrichten 1876 wechselte er das forschungsgebiet und hat dann infektionskrankheiten von haustieren untersucht das ging damals offensichtlich einfach so dass man lustig entscheiden konnte ich bin kein geologe mehr ich mache jetzt in astronomie und war dann in der veterinär und humanmedizin aktiv wobei das damals ja noch ein gemeinsames gebiet war also der herr wieler hätte damals auch noch über menschen entscheiden dürfen heute ist das so einfach ja nicht mehr und hat also in diesem in diesem umkreis milzbrand erforscht hat für milzbrand auch impfstoff entwickelt und hat zur produktion des milzbrandes ein labor bauen dürfen und danach hat er sich an die erforschung von tollwut gemacht und nachdem er das tat also nachdem er sich dem zuwand da hatte auf sich den auftrag für bekommen gab ihm die der französische staat insgesamt zehn prozent der gesamten französischen forschungsausgaben als unterstützung zehn prozent für einen forscher ist schon krass durch die impfung die er dafür die tollwut dann da erfunden hat bekam er unheimlich viele spenden und hat mit mit diesen spenden sein institut pasteur gebaut das erwähne ich nachher nur ganz kurz kann man sich gerne angucken wer da rauskommt dieses institut ist dann spätestens das was wir heute also denken das ist sozusagen das robert koch institut der neuzeit also der von frankreich in diesem institut pasteur ist er dann noch begraben worden mit seiner frau und einer krypta unter der unter dem institut der selber hat er nicht mehr viel geforscht da war sehr sehr schwach und war am ende auch fast gelähmt dann war er noch neben der tatsache dass er also eine ehrenlegion war und in der akademie der wissenschaften hat er noch das großkreuz der ehrenlegion bekommen also auch noch eine ehrung die auch noch mit einem geldpreis dotiert war und ist unsterblicher geworden in der akademie französ das ist tatsächlich nicht ganz so oft dass sowas passiert ja gut der war patriot der man ja also er hatte ein großes problem mit mit deutschen vor allem nach dem krieg er wollte nach dem krieg alle seine werke zeichen also alles was er geschrieben hat wollte er zeichnen mit hass auf preußen rache rache sehr schön sehr lustig war auch ehrendoktor der universität bonn und gab diesen titel aber aufgrund seines patriotismus 1870 zurück also journalistische konflikte hat er ausgetragen mit justus justus van liebig und mit robert koch das ganz interessant weil die eigentlich gar nicht so an unterschiedlichen fronten kämpften und auch alle mitglied der leopoldina waren nur er halt nicht und das ist ja muss man sich angucken was da existiert hat also er hat zum witziger weise mit einem gemeinsamen studenten mit justus van liebig zusammengearbeitet der sich dem herrn du mar der der gemeinsame lehrmeister von beiden war entsagt hatte und die haben sich also stark angefeindet justus van liebig und er hatten absolut entgegengesetzte chemische theorien und laut wikipedia sind sie aber beide richtig spätestens da muss man anfangen nachzudenken kurz vor seinem tod hat er sich noch geweigert den preußischen orden pur le mérite anzunehmen das ist die höchste tapferkeitsauszeichnung die die preußen damals für ihre offiziere hatten das ist so das bundesverdienstkreuz der heutigen zeit und er hat also zusammen geforscht mit einem herrn august laurent und der war mit student am collage an der ecole normale zu prier und der war auch chemiker das war ganz praktisch weil der august laurent hat den begriff molekül atom und das chemische äquivalent für die organische chemie definiert also der ist der urheber von der bis heute gültigen begrifflichkeit für atome moleküle und chemische äquivalente 1800 irgendwann der hat auch die kern theorie aufgestellt für die substitution in der organischen chemie die wurde natürlich ausgedehnt auf alles andere und er hat erkannt so interpretiert man dass die zahl der wasserstoffatome organischer verbindungen ohne stickstoff immer gerade ist und mit einem stickstoffatom im molekül immer ungerade ist beweisen konnte er es nicht als markant sein lehrer war jean baptiste dumas der war chemiker gewesen und seines zeichens schüler der ecole polytechnique das ist die zweite grand ecole in frankreich also hat man quasi jetzt zwei schüler der größten grand ecole zusammengebracht und die haben gemeinsam geforscht in der organischen chemie hat der herr dumas die substitutionstheorie entwickelt also das ist die ineinander umwandlung auch das ist wesentlich für alles was darauf folgt man sieht also dass alle sachen auf die wir heute bauen in dieser zeit entstanden sind und alle innerhalb von 50 jahren oder noch weniger und damit hat er widersprochen der dualen theorie der these der dualen theorie die der herr berzelius aufstellte das ist ganz interessant weil der herr berzelius ist mitglied der sind john's lodge sind eric dass der schwede und das ist also eine britische loge die in schweden existiert der königlichen schwedischen akademie der wissenschaften er ist foreign member in der royal society of england er ist preußische akademie der wissenschaften mitglied mitglied der akademie der science also wissenschaften leopoldina mitglied mitglied der bayerischen akademie der wissenschaften mitglied der american philosophical society ihre mitglied honorary fellow in der royal society of edinburgh also schottland mitglied der göttinger akademie der wissenschaften mitglied der schwedischen akademie er hat den pure merit für wissenschaften und künste bekommen das in orden und er ist zum baron ernannt worden nachdem wurden mondkrater benannt nämlich der mondkrater berzelius und ein asteroid mit der ordnungsnummer 13 109 und zwei minerale berzelianid und berzeliid ja interessant weil der herr du mahr hat ja dem seine thesen einfach so dahin gefegt und so sonderlich viel sonst anderes findet man von dem herr berzelius nicht warum ehrt man den also dermaßen krass nun ja er kommt hat von der anderen seite der herr jean baptiste du mahr ist namentlich auf dem eiffelturm verewigt worden da sind glaube ich 75 leute drauf die kann man sich auch mal angucken ist seines zeichens also mitglied der ehrenlegion hat auch ein großkreuz der ehrenlegion bekommen ist auch mitglied der akademie französ mitglied der akademie des jahres also der wissenschaften auswärtiges mitglied der royal society mitglied der akademie nationale medizin präsident präsident der akademie des jahres also wissenschaftsakademie präsident gewesen ein jahr lang oder zwischenzeitlich korrespondierendes mitglied der russischen akademie der wissenschaften in st betersburg mitglied der american academy of arts and sciences das ist jetzt wieder sehr wesentlich ehrenmitglied der royal society of edinburgh mitglied der american philosophic society also ist auch philosophisch aktiv gewesen mitglied der society international des études pratiques d'économique sociale also das ist sozial ökonomie präsident der society d'encouragement pour l'industrie nationale von 1845 bis 1864 also der war auch noch national industrie und gesellschaft also sowas wie fällt jetzt gerade so eine innung so wer die oder dgb oder sowas präsident paradise lectureship der royal society of chemistrie also chemieindustrie mitglied der akademie französ und mitglied der national akademie des jahres also auch der nationalen akademie wissenschaften der duma hat also auch so einige sachen auf dem kerbholz und man sieht also hier auch deswegen lese ich euch das vor und ich hoffe dass das jetzt nicht zu langweilig ist dass man aber da viel rein lesen kann man findet über den herrn diese verbindungen nicht warum ist er denn mitglied der american academy of arts and sciences geworden obwohl man in seinem ganzen lebenslauf nicht einen einzigen amerika besuch findet ich habe mehrere lebenswürfe von dem gelesen ist nicht vorhanden vielleicht bin ich bin ich habe die falschen lesen mag sein ich habe mir nur den einen tag oder mit einem ja sind jetzt auch sieben stunden mehr dafür genommen aber es ist auffällig dass also diese ganzen verbindungen bestehen und da kann man also jetzt sehr viel parallelen ziehen wenn jemand viel zeit hat und dass ich ein a0 blatt oder so schreibt das alles mal drauf wer wo drin ist und man findet wahrscheinlich die witzigsten verbindungen und kann da sehr sehr viel auf der basis interpretieren was dann nicht mainstream interpretation sondern begründete these nun ja der august laurent der also mit dem herrn pasteur zusammen gelernt hat oder gearbeitet hat der war auch noch ritter der ehrenlegion ist ja klar und mitglied der akademie wissenschaften alles geht es ja fast nicht sonst dürfen sie ja mit so was nicht arbeiten es ist so was wie ein staatsexamen da mitglied zu sein ja nicht besonders aufregend die ehrenlegion ist ein bisschen anders als staatsexamen aber die akademie wissenschaften war damals also die basis um überhaupt was machen zu dürfen naja mal kurz noch zu diesem fäulnis ist gerung behauptungsteil von dem herrn pasteur die wikipedia hat ein schönes zitat zu und zwar fäulnis war zu dieser zeit als zersetzung von substanzen pflanzlicher oder tierischer herkunft mit entwicklung von übel riechenden gasen definiert so weit so verständlich 1863 dehnte pasteur seine erkenntnisse zur gärung auf die fäulnis aus obwohl er nur unzureichende belege lieferte behauptete er dass auch die fäulnis auf die aktivität lebende organismen zurückgehe fäulnis seien nichts anderes als die gärung von substanzen mit einem relativ hohen schwefelanteil und die freisetzung dieses schwefels in gasförmigen verbindungen erzeuge den üblen geruch sind hier mit unzureichenden belegen im behauptungsstadium stadium ja also das ist die grundlage seiner forschung nur noch mal rein also guckt euch den mann selber an und meinetwegen auch alle anderen in der zeit die haben alle nur vermutungen aufgestellt einige dinge wurden später in anführungszeichen bewiesen weil natürlich das ist wie bei q wenn man genau nach dem sucht was man glaubt finden zu können oder was man halt finden möchte findet man eben auch nur das und alles andere interpretiert man einfach so um dass es in diese maske reinpasst ja also das ist eine behauptung aber das kann ich relativ gut belegen wenn man sich da mal viel zeit mit mir nimmt und sich mit mir unterhält das institut pasteur was deren also gebaut und dann nachher nicht mehr so richtig betrieben hat ist eins der weltweit führenden grundlagen forschungszentren für biologie und medizin mit hauptsitz in paris und natürlich sowas wie das französische 1921 führte die entdeckung des impfstoffes gegen die tuberkulose durch albert calmette und camille gura zu einer institution der instituts erweiterung des instituts pasteur der johann legrett ich glaube es ist ein mann entwickelte 1932 die erste impfung gegen gelbfieber in diesem institut per le pin entwickelte 1954 einer der weltweit ersten polio schutz impfungen in diesem institut und luke montagnier isolierte an 1983 mit seiner arbeitsgruppe erstmals den als hivirus bekannten erreger der immunschwäche krankheit aids und zwei jahre später das hiv 2 schon mal gehört müsst euch mal angucken wir stellen also fest dieses institut hat unheimlich viel mit impfungen zu tun obwohl der mann eigentlich chemiker war weitere namen der zeit mit mitgliedschaften in den leopoldinern und teilweise auch nach ihnen benannten mondkratern und in vielen anderen gesellschaft mitgliedstämmig sind also robert koch der auch wirklichen mondkrater nach sich benannt hat justus van liebig beide mitglied in den leopoldinern ne herr robert koch war kein mitglied in den leopoldinern entschuldigung also zumindest habe ich die mitgliedschaft nicht gefunden aber liebe ich dann bezüglich der tetanus geschichte also emil van bering leopoldinermitglied kitasato shibasabaru der ist japaner und auch leopoldinermitglied die beiden haben also zu tetanus und diphterie mehr oder weniger aufsätze verfasst und zwar nannten sich die über das zustande kommen der diphterie immunität und der tetanus immunität bei tieren schönen tiere noch mit th geschrieben das war mal deutsch bevor herr duden kam blutserumtherapie die sie dann entwickelten basiert also auf der annahme dass es möglich sei die erreger von infektionskrankheiten nicht mit desinfizierenden chemikalien sondern mit antitoxinen zu bekämpfen das ist eine annahme und da gab es also einen friedrich julius rosenbach der hat auch einen 1a deutschen nachnamen dem gelang die übertragung von tetanus von menschen auf tiere zumindest hat er das behauptet hat also einfach so lange tiere geritzt und unter sauerstoff abschluss gehalten bis die tetanus hatten all die auch der herr rosenbach mitglied der leopoldina und diverse andere ehrungen jetzt nicht also oft sind fast alle mitglieder in der ehrenlegion und was nicht noch alles bereits im herbst 1892 erkannte das vorstandsmitglied der farbwerke höchst der chemiker august laubenheimer die tragweite der ideen berings und gewann ihn für eine zusammenarbeit mit dem unternehmen der herr bering hat also dieses serum entwickelt und hat aber keinen nicht staatlichen menschen gefunden der unterstützt hat und hatte damit nicht genug geld und das serum tatsächlich in masse zu produzieren jetzt hat also ein industrie eine industriefirma nämlich die farbwerke höchst sich gefunden haben gesagt sekunde hier können wir geld machen was produzieren wir und haben dann auch in kürzester zeit da 700.000 weiß ich gold taler gemacht und da ist also quasi der einfluss entstanden der sich jetzt durch diesen ganzen sumpf mit mit der billen minder gates foundation und sowas durchsetzt also das ist hier die stunde des erwachens wo man das was vorher als vermutung entstand interpretiert und angewendet hat und damit geld produziert hat ja also förmlich gedruckt nur eine persönliche meinung ich habe mich mit tetanus ein bisschen befasst und von den symptomen vor allen dingen es gibt keinen logischen grund in meinen augen sich macht mit tetanus impfen zu lassen das ist auch mittlerweile so richtig pflichtig gar nicht mehr also doch gar die tetanus fälle werden gar nicht mehr aufgeführt in spanien sind die noch epidemie pflichtig in deutschland nicht seit 2001 tetanus ist entsprechend der logik die ich habe und der logik der krankheit so wie ich sie verstehe eine auswirkung einer hypokalzämie also letztlich eines vitaminmangels rahmen vitamin d beziehungsweise weitertransport oder eben eine überversorgung durch phosphat oder andere chemikalen die die eine ähnliche wirkung haben also die kalzium beeinträchtigen beziehungsweise die die weiterverarbeitung von sonnenlicht eben beeinträchtigen relativ interessant wenn man sich eben anguckt was in den impfstoffen drin ist und auch herausfindet dass also viele impfungen eigentlich hypersensibel machen gegen die krankheit gegen die sie eigentlich impfen sollen aber das müsst euch selber angucken für jetzt nicht zu viel sagen das ist wer geht quasi in einen bereich den muss jeder selber nachforschen also ich kann euch das jetzt erzählen und ihr könnt das glauben oder eben auch nicht oder mich dafür an die wein stellen das ist euer ding in meinen augen ist tetanus eine andere bezeichnung einer hyperkalzämie und er wird ausgelöst durch unter sauerstoffmangel entstehende verletzungen oder unter sauerstoffmangel gehaltene verletzungen was also passiert wenn ein kriegsverwundeter und da kommt die titanus diagnose her kriegsverwundeter die gegengeläuft und halt das permanent abgebunden hat dann bekommt er wahrscheinlich eine art wundstahlkrampf in deutschland sind die wundstahlkrampf zahlen im jahr also unterirdisch klein und das liegt nicht an einer impfung sondern daran dass unser unser hygiene standard einfach einfach ein level hat dass das nicht mehr so einfach möglich ist weiterleiten dazu mag ich euch ganz gerne den die website empfehlen via veto de der herr via veto hat auch auf youtube ein kanal aber wie lange das noch da sein wird weiß ich nicht auf der seite via veto de hat er auf jeden fall die filme die wesentlich sind auch drauf da geht es zum einen ums plasma versum super interessant und eine schöne alternative zur urknalltheorie und auch letztlich deckungsgleich mit der mit der chemischen basis die hier beim herrn bc lius existierte die ja weg interpretiert wurde und für unsinnig erklärt wurde und er hat also zum impfen fünf videos gemacht mittlerweile zwei aktuelle also eins dreht sich direkt um koronien und die und eins dreht sich also um die verfassungsmäßigkeit der impfung im generellen und dann hat er also drei videos zu den alten impfungen die wir kennen beziehungsweise vielleicht sogar vier ich weiß nicht genau einmal vom im unsinn des impfens das ist ein sehr sehr sehenswertes video dann die tetanus impfung eine risikonutzenanalyse damit deckt er also auch meine einschätzung und polio im kontext der impfkritik auch das ist sehr wesentlich und auch da bei polio sieht man es im extrem dass man also eine uminterpretation von krankheitsbildern vornimmt um eine neue kranke zu definieren so wie es jetzt quasi keine grippe mehr gibt und alles was vorher grippesymptome waren jetzt auf einmal korona symptome sind so ist das mit polio mehrfach in der geschichte geschehen das ist eigentlich pflicht lektüre wenn man hier mitreden will diese sachen von ihm geguckt zu haben weil das so unglaublich gut recherchiert dass der ist glaube ich eigentlich physiker aber hat sich halt mit diesen dingen befasst sehr sehr gut ja und damit mag ich euch also in den sonntagabend entlassen ich hoffe dass das nicht zu trocken war dass ihr ein bisschen verstanden hat was ich euch sagen wollte dass das also hier alles leute sind die in den selben gefillen aufgewachsen sind und dann nachdem sie ihre ausbildung abgeschlossen haben und also natürlich unterstützt wurden von den eineindeutigen gesellschaften dann quasi je nach eignung unterdrückt oder gefördert wurden und wenn man sich also anguckt wo das heute hinführt dass also genau diese institute von diesen leuten die jetzt hier namentlich aufgetaucht sind die sind die also weltweit die entscheidung treffen überlegt sich das eigentlich schon fast von selbst aber ich bitte trotzdem jeden alles was ich gesagt habe nachzuprüfen das ist möglich mit frei verfüglichen biografien mit dem der offiziellen website des instituts pasteur und verschiedenen anderen sachen teilweise muss man ein bisschen französisch können aber es gibt auch glaube ich ganz gute übersetzer mittlerweile wenn man nicht gerade google übersetzer nimmt dann funktioniert das schon ganz gut einen wunderschönen tag ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020